Den Mod-Status, das bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel einer was Rassistisches, Sexistisches oder irgendwas anderes sagen würde, was politisch nicht korrekt ist, sag ich jetzt einfach mal, dann könntest du den zum Beispiel bannen. Aber Martin, kann ich da noch viel mehr einweisen, was das bedeutet. Das ist dein Job. Ja, ich meine, welche Möglichkeiten, also was sie damit alles machen kann. Ich habe da keine Ahnung. Heute time outen, wann? Kann ich hier noch mit ran? Ich möchte mithelfen. Weg. Weg. Ich will keine Freunde. Ihr seid alle doof. Einer wird schon jagt. Ich mache das immer Kürre mit diesen Doppeletagen. Ich weiß nicht, ist der oben oder unten. Jetzt stimme ich erst dazu. Hast du mich gehört? Das ist der Geist. Das ist der Geist? Ja. Hast du die Glocken gehört? Nein, aber in dem Sound. Okay, okay. Okay. Aber unten muss ich das eigentlich normalerweise aufbauen werden. Ja. Slow-Shat-Modus, 30 Sekunden für diesen Raum aktiviert. Slow-Shat brauchst du noch nicht. Äh, Slow-Shat brauchst du gar nicht. Das ist, glaube ich, Zeitverzögerung. Äh, nee, das ist, damit du nicht in den Chat spammen kannst. Sprich, ähm, du kannst nur alle 30 Sekunden eine Nachricht schreiben. Ja, Patrick, ich bin im Main-Lobby unten noch an dem Generator. Okay, ich komme runter. Der Geist ist auch bei dir. Oh. Ich bin dir gerade direkt vor die Füße gesprungen. Ich habe nur irgendwas gehört, dass... Äh, 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 ja, mach das. Das war ich. Möglicherweise habe ich ganz maskulin geschrien. Ich bin tot. Du bist tot? Oh. Das ist ja ärgerlich. Ich werde dich vermissen. Hey, ich mach nichts. Der Raum ist bei einem Monat nur im Null-Follower-Modus. Wenn nur du oder... Äh, Patrick, dann. Ja, also nur wir beide können hier irgendwas verändern. Und da steht... Jatzemod hat den Chat für Nicht-Moderatoren in diesen Raum geleert. Jatzemod hat den nur Follower-Modus einen Monat für diesen Raum aktiviert. Und Jatzemod hat den Slow-Chat-Modus 30 Sekunden für diesen Raum aktiviert. Jatzemod hat den nur Follower-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus. Scheiße, ich bin draußen. Warte, ich... Irgendwie komme ich zu dir. Lauf einfach außen rum. Geh doch. Schaffst du das noch? Der Geist ist wieder bei mir. Ja, du bist, äh... Absolut lost. Wo muss ich hin? Ja. Du siehst mich doch hängen. Ja, aber hier ist kein Weg offen. Zweite Phase. Ich seh mich schon wieder scherben. Ich... Ich find dich... Also ich find den Weg nicht zu dir. Wie... Wie komm ich denn in die Hauptdobby? Hier. Halte durch, Martin! Dein edler Ritter ist schon unterwegs. Und du weißt, dass das ein Küsschen kostet, ne? Wie geil ist das bei mir? Ja, ich hör's. Aber ich... Musste dich ja abhängen, weil sonst bist du der Hut. Lauf! Es tut mir leid, Martin. Ich könnte mich nicht... Ich könnte mich nicht... Und der Fick... Einige wiegst du ein Lachter oder so dumm? Ich... Ich hab erst überlegt, ob ich... Ob ich dich tanke. Und dann hatte ich aber Angst, dass ich auch hier wieder sterbe. Und bin weggelaufen. Es... Es tut mir so leid, was dir widerfahren ist. Es ist... Aufrichtig. Aufrichtig. Tut mir das leid. Er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Er lasst mich einfach hängen. Wo bist du denn? An soziale Missbande. Wo... Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Ich will auch gar nichts mehr von euch. Macht Jens. Wo bist du? Bist du am selben Haken? Verräter hier, Junge. Ey, warte. Wo bist du denn? Ich kann dich echt nicht sehen. Scheiß an. Hä? Wo hängst du denn? Hä? Du hängst doch gar nicht. Doch, du hängst. Wo bist du denn? Wo... Wo liegst du denn? Ich laufe. Bist du dumm? Hä? Hängst du denn? Okay. Ich habe ja gesagt, ich habe schon eine Weile nicht mehr gezockt. Au, da ist du boah. Kannst du mir einfach sterben. Achso, ich weiß gar nicht. Wir müssen nachher mal zusammen gucken. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was du da gemacht hast. Aber ich glaube, du kannst das in den Einstellungen wieder ändern. Bin mir aber nicht sicher. Oh, er blockiert mich. Wieso hilfst du mir nicht? Ist... Wo... Auf welcher Seite ist denn der Geist? Das ist ein Main Lobby. Main Lobby? Ja. Oh, ja. Dann gehen wir die Paletten aus. Achso. Ich hatte unten gerade den Gen gemacht. Kannst du ihn von dem Main Lobby weglocken? Ich kann es mich mal. Nein, du mal made. Sind welche am Gen? Bruder. Aber nicht herbringen, ja? Ja, sie ist wie wäre es. Ich habe hier eine Glühwelle, kann die hauen. Genau. Perfekt. Obst aber nicht ich. Ich sehe euch schon wieder nicht, was ich weiß. Ich hasse euch. Hey, Martin, brauchst du Hilfe? Huh. Patrick, verpiss dich. Nein. Verpiss dich. Warte, 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 warte. Ja, du Scheiße. Aber ich bin nicht so gut im Weglaufen. Hier sind gar keine Paletten mehr. Der ist nur wieder bei mir, ne? Der hat mich nicht verfolgt. Der will dich tot sehen. Der will mich, der will mich nackig machen. Dann komm doch mal in die Lobby. Ich bin ja da. Ich laufe vor und hänge mir selber. Das ist ein Plan, ein Meisterplan. Hilfe! Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so genau. Oh, Martin, du längst schon ein paar Mal. Wir retten dich. Nein. Der hat all seiner Kriegs. Nein, warte, lass uns erst ein bisschen wegkriechen. Das ist scheiße auf Martin, komm, wir hängen den auf. Hier liegt doch alle. Was macht ihr denn da? Wir müssen hier weg. Wir sind aber Arsch. Ja, Martin, schön, dass du mich hier im Stich lässt. Oh, oh. Erlaubt. Also irgendwie war unsere Taktik absolut dumm. Also zwei liegen, einer hängt. Wir sind hochheilen. Ja, ich beeile mich. Der Killer kommt nämlich gerade. Er ist weg. Ah, verpackt. Ja, ja. Nimm den anderen. Martin, er kommt zu dir. Er will mich. Die Weg. Du warst eine Nut, Brunnen. Ich bin halt alle dumm. So richtig scheiße. Er ist unsichtbar und ist wieder in der Lobby. Er hebt jetzt den nächsten auf. Ich bin fast komplett hochgehalten, ne? Just saying. Ich muss mir Hilfe finden. Ich muss mich erst mal heilen hier oben. Moment, Brunnen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Hier bin ich doch erst mal safe, oder? Naja, das ist nichts für mich. Ey, wir brauchen nur noch einen Gen. Ach. Wir sind gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Ich habe bestimmt null Punkte. Oh nein. Meine Wenigkeit ist, glaube ich, in der Sackgasse im Keller. War okay. Ich bin safe. Er hat wen anders. Hey, heil du mich erst mal, Bruder. Oder nicht dumm. Martin, was denn los? Ich helfe gleich den Dude. So. Da wäre noch ein Gen drin, ne? Ja, wunderbar. Komm runter. Ich bin tot. Mir ist tot, tot, tot. Hauptsache, ein Eiling läuft. Ist das ein Eiling? Dann weiß ich hier der Asiaten-Skin. Du weißt schon. Titi. Titi wurde gecatcht. Bist du am Gen oder kommst du gerade hoch? Nein, der Randy kommt. Kann mich ja schon mal hochheilen, ein bisschen, ne? Er läuft dann mir vorbei. Oh nein. Ja, der Killer ist bei uns. Ja, ist auf euch. Ey, Martin, sei nicht so. Okay, ich hänge jetzt zweite Mal. Also diese alten Husten, Bonbons, die schmecken scheiße und helfen mit wie gar nicht. Ich habe gerade in die Hand gespuckt. Nein, ich habe diesen Bonbon gehört. Ein medizinisches Wunderwerk, was mich angeblich nicht schließen lassen soll. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nur den, äh, Schett sehen. Ich kann nur den, äh, Schett sehen. Ob sie die waschen hat? Toll, Martin. Denk dir bin ich schon die zweite Runde in Folge gestorben. Das ist alles deine Schuld. Äh, was? Ich werde, ja, und ich werde mal nur entschuldigen, äh, entschuldigen annehmen, die mit einem zärtlichen Küsschen zu tun haben. Wenn nachher Fire, wenn du nachher offline gehst, guck dir mal den Pass Broadcast an und guck dir mal an, was ihr mit mir gemacht habt. Das war so lustig.